also hier ist ja jetzt bald die rosa mona hier da ist ja wieder riesen in kölle da los hier und da hatten wir ja wie all die jahren das problem hier wo konjunktur pinkele gehe ich habe zwar hier die boxe da wieder aufgestellt da hier aber mehr rennt dann immer um scheiße riesen schlagen für sie in der boxe da hier ja und hier wo gehst du pinkele also hier will pinkele kannst du vergessen auf dem deckel feierabend da ist besser pinkel sind die aus hier also das ist nicht leicht die sind nach riesige menge leute hier du ach und die karnevalisten und alles hier also das sollte man sein lassen da wild in der gegner um zu pissen doch da kassierst du knöllchen nach dem anderen also muss man sich halt da an die schlange a stelle da oder sehr gemütlich machen in der kneipe und stück da sein kölsch weg hier du hast der gleiche ab immer um die eck ist dann vielleicht einfacher also das riesen problem gewonnen hier was ich ja auch schon mal gesehen habe ich weiß jetzt nicht ob das an köln war jedoch aber jeder gibt so dinge da stellst du dich dran hier steht auf der kassier du das zeug so offene pisse war dinge du hier und da laufen die anderen leute vorbei frauen kinder alles läuft da vorbei männer oder stehst du da sollst jetzt der host aufmachen hast keine richtige wand an dir oder entweder drückst dich da ganz da nahe hier hängst du bald in dem piss ding da drin hier und da sollst du auf der kass anfangen zu pissen als wenn du am baum stehst du hier so quatsch habe ich einmal gesehen du der wahnsinn hier also das ist hast du nie gesehen so dinge jeder das ist als wenn du am baum stehst pissen darum christian auf den deckel jetzt stellen die da so komische dinge so komische wie so war dinge da mit so mini wand jetzt sollst du daran gehe hier sollst du die hose aufmachen das geläch raus holen hier und die anderen leute laufen vorbei spazieren hab das handy auch hier du verstehe ich nicht so ganz irgendwie also können sie auch sagen hier haben wir ein bäumchen für die männer können sie drapp hieseln ist genau selber fast hier außer da so paar zentimeter da an der seite links und rechts hier wo gar nichts bringt oder tut du musst dich halt direkt in das arbeit in der rei drücke alle klamotten versaut hast die pinkel da von der anderen dran darum geht es also hier passt offen im bild pinkele nicht mache hier da kriegst du nur es und ich wünsche euch dann schön schön rosen mondag hier und feiert sie auch in köle hier da also die sind ja mozleute hier und die können doch richtig feiern kann man doch sind auch so ihr eigentlich ganz gut ruft die leute einmal können also bis dann hier tschau macht's gut gut here we go Go Che Ql Allave Vielen Dank.